If you can dream it, you can do it. Dieses Motto von Walt Disney dient Erika Riedmann als Leitspruch für ihr Unternehmen MentalKlarEri. In Brixen in Thale bietet die Unternehmerin Kurse und Workshops rund um das Thema Mentaltraining an, eine Methode, die vor allem aus der Sportwelt bekannt ist. Doch nicht nur dort findet Mentaltraining Anwendung. Also das, was ich gerne anderen mitgeben möchte, ist einfach, dass man dieses Werkzeug super nutzen kann für jede wirkliche Situation. Also nicht nur in Krisensituationen, sondern auch wirklich für den Alltag. Und das möchte ich einfach gerne weitergeben, dass jeder das einfach für sich seins leben kann und seine Träume, seine Ziele, seine Visionen verwirklichen kann. Mit der Gründung ihres Unternehmens hat sich auch Erika Riedmann einen Traum erfüllt. Seit Juli habe ich gemerkt, okay, ich will das Mentaltraining machen. Das gefällt mir einfach ganz gut. Mit Leuten zu arbeiten, mit Zielen zu arbeiten. Für mich selber einfach das, was ich am liebsten mache. Eigentlich weitergehen wir eine andere. Für ihre unternehmerischen Leistungen wurde die ausgebildete Mentaltrainerin von der Wirtschaftskammer Tirol als Unternehmerin des Monats August in der Kategorie Ein-Personen-Unternehmen ausgezeichnet. Ich habe eine Vision, die liegt ein bisschen weit davon. Für mich, ich möchte einen ganz klaren Standort haben, mitten in der Natur. Natur ist für mich ganz wichtig, Kraftplätze sind für mich ganz wichtig. Ich möchte einen Standort dort haben und ich möchte das Ziel auf die Bühne bringen. Das ist im Moment so eine kleine Vision von mir, die überhaupt nicht ausgereift ist. Aber das will ich und ich möchte auch gerne kreative Arbeiten machen. Ich mache im Moment schon so malen und patzen auch. Das ist ein bisschen mit drin in meiner Arbeit und ich möchte, dass die Leute selber herauszufinden, da wo es in einer steckt. Durch die Auszeichnung zur Unternehmerin des Monats nimmt Erika Riedmann auch an der Wahl zur Unternehmerin des Jahres teil.